Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Projekt Portal II oder Portal 2 ich weiß nicht worunter es eher bekannt ist mit Orange Let's Play Orange, nein, hallo du Hallo, mit Loirox Ich schon wieder Darf ich jetzt deinen echten Namen sagen, hab ich auch schon mal so gesagt Hm, ne Okay, dann nicht Mit Loirox LP Ja Der auch bekannt ist aus meinem allseits beliebten Terraria LP Nein, ja, tschüss Wie kann man hier versagen, es ist nicht mal so fest Die wird diese fertig machen Ja, also, wir beginnen jetzt, würde ich mal sagen Na, gut Idee Dann Aber ich sehe, dass du eigentlich schon im Korb eine Menge gespielt hast Hm Du hast im Korb schon ein bisschen was gespielt, oder? Bisschen Ich meine, hier hinten kam ja schon zu Level 4, aber wollen wir nicht bei Level 1 beginnen? Doch Okay Das habe ich aus Spaß gesagt Ah, ja, okay Ah, ja, okay Ich bin ja Hamburger Hänger Okay, wir wollen ja auf der Level einstellen So Ja, drinnen, links Los geht's Und wenn wir werden auseinandergenommen Von der Maschine Cool Ja, ne oder noch nur auf dem Band ja man ist schon ein Buch bei mir lebt ja am Anfang nicht das bei mir ein bisschen ja weil es auch jetzt gerade das erste Mal wieder installiert wurde anscheinend sie sind nur so gerade aus der Singles wird oder das erste Mal gesagt ha 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 erst zum Hub gehen zum Hub gehen und den Buch und nicht mehr wobei zwei Tage geht auf geht auf du bist vertrete sich also jedoch Stuttgart solche durchgehen jeder durch ich traue aber nicht Städter Stuttgart und die Hände in die Augen ist so als kann ich mir drauf stellen und so so schafft das Gewaltes und erlangen auf dem Ort machen wartet immer so können ja so ist es nicht so gut und so schafft das nicht selbst kann so durchgehen oder ich kann sich die Tür geile Alter okay es war schon richtig aber so gut also so Zettel-Partner-Perspektive, das wäre cool, wenn man das die ganze Zeit drin lassen würde, aber es wäre nervig. Das macht natürlich Sinn. So, und das Ziel des Spiels ist es, hier durchzulaufen. Ja, das Ziel des Spiels ist es. Okay, ich will zurück. Warte, wir verbinden, wir machen ja mal eine Verbindung. So, was kann man jetzt hier ausreißen? Alter, ich kann hier die Tür öffnen. Okay, du mal da jetzt durch. Guck mal, wir haben schon im ersten Level solche Probleme. Oh ja. 5 Kollaborationspunkte. Was? Okay, jetzt... Oh, was, was schlagen sie vor? Also, ich würde sagen, du gehst noch mal zurück und machst jetzt hier noch bei mir im Portal. Ich hab ganz auszusehen weggemacht. Mastja 1, dein Dunkelblau ist hier. Warte mal, wo? Hier. Da, warte, mach auf F ist das nur genau. Ich hab aus Versehen deins gerade weggemacht. Da? Danke. so. Da? Haha. Na, 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 na... Das ist doch echt richtig. Ich hab ich... Ich hab's noch mal eins. Oh, genau, zehn, Laundspann. War das richtig? Ja, und jetzt endlich eins bin da. ja dafür muss es nicht das ist so ich bin die Rundzeiten hier und jetzt kann ich ja durch Rui und es geht sie ja ich habe schon das war die Mischung nicht so gut und wurde in von der Welt ein bisschen und hier da war ein Verband und bei den Besen also wo man schenkt wir haben sie einfach hier wo ich gerade stehe ich bin der Typ der hier springt aber auch hier jetzt bei der Stuttgart wir das schon mal geschafft Wir sind schon auf der Zielgeraden, würde ich sagen, oder? Das war schwer. Das Spiel ist so schwer für mich, würde ich das Spiel aufhören. Okay, kann ich verstehen. Schon wieder? Dankeschön. Also da kann man jetzt natürlich sehen, wie wir gebaut sind. Am besten, ja. Also da sind wir ein bisschen am besten Warten, bis wir es letztes Jahr komplett genau aufgenommen haben, bis du es hochletzt, bevor du es hochletzt. Ich kann darüber gehen. Kolaboration. Welche Hauptpunkte? Das war mein Schalter, bitte drücken. Ah, nicht nur noch gut. Sehr nett von dir wartet, mache ich. Dann Gelbos, muss das wieder hin. Hallo, 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 hallo. Ja, ich will nicht mehr weiter. Das ist sozusagen ein neues Level. Warum so groß? Größerraum. Großraum ist böse. Ne, die sind cool. Soll ich erst mal da oben hin? Das macht der Schalter hier. Ah, okay. Nicht schon entdecken. Geh dumm auf die andere Seite, was wir mit Gleiswertsdrucken. Kann sein, dass das meine Uhr ist. Probieren wir es aus. 3, 2, 1, go. Ah, was ist das stimmt. Jetzt die Wege drücken. Auch noch. Den auch noch. Ich glaubt kaum, dass das wirklich so funktioniert. Da ist doch was. Da müssen wir eine Kugel reinlegen. Da müssen wir erst mal überlegen, wo wir die Kugel herbekommen. Ja, vielleicht müssen wir alle vier Schalter in diesem Ticken Glassesdruck machen. Das heißt, mach jetzt eine Portale so wie ich, nur auf der anderen Seite. Ah, stimmt. Das kann nicht sehen. Ich mach erst unten und dann oben. Ich mach erst unten und dann oben. Ja, okay. 3, 2, 1, go. Und? Ja. Geil. Ich will nicht. Einmal, 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 einmal. Nein, einmal, einmal. Ja. Nein, mich will nur einmal. Ich hab dann aber auch schon reingetan. So. So ist der Pointer. Okay. Soll wir da durchgehen? Hm. Oder lieber. Da durch. Geh mal weg. Wäre das nicht was schönes, wäre die GEMA weg. Ach, verdammt. Ich hab mein Badum. Pss. Knopf nicht. Dann hast du genug. Mein Badum. 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 Verdammt. Peabody. Hört man eigentlich mein PC laut? Was? Ob das laut ist mein PC? Ich hör deinen PC gar nicht. Das ist geil. Geile Sache, ne? Digga. Aber man hört mein Knicken, oder? Level 3, man sind ja gut. Boah, so de Pros. Oh, ich mag den Laser. Ich nicht. Nein. Ey, der wiss ich einfach nicht. Kann man nicht überhaupt erwischen? Du stand grad voll drin und nichts passiert. Alter. Ah, jetzt. Haha. Oh, du Cheater. Ah. Okay, warte, muss jetzt hier noch eins hin und äh, hier. Passt? Tür ist offen, oder? Ja. Geht sogar so, wenn ich ihn ablege. Das passt jetzt eigentlich mit dem Systemmacher. Hast du die Blei auch gemacht? Hör auf zu summen. Das sollte ich echt mal lieber machen. Wasser. Okay, hier haben wir das hier. Hier haben wir auch wieder so'n Ding. Alter! Ah. Hahaha, haha, haha, haha. Okay. Ich war's, oder? Du waffst. Wurst. Warte mal. Eh, hm. Ich muss mich mal was sehen. Hahaha. So dass die Dinger, wo man Portale draufmachen kann? Nein. Gbicht. 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 so was ist wenn wir uns ich habe ein Traum der Stahl der Wettbewerb mit der Anstieg und er hat sich um und springt um wo können wir den Streifen machen damit sie geschützt haben durch werden und hat sie sagte hier oben geht nicht m da musste da ein anderer heute da könnte auch immer alles kann man alles besser er ist das ist so früh dass der Lundschmerkarten er war das mit das überhaupt ja die nehmen wir die den Laser abdenken also dass du hier nichts durchkommt wir finden Tieter so warte mal das kann doch nicht so schwer sein ach so ok ah ok jetzt ah ja warte ich wollte gerade sagen ich bin sicherheits-tester Nummer 1 und sterb hier fast was was wenn ich denn jetzt einmal genau siehst du das ah die schon an mir auch denn ist das denn da ist jetzt das doch hochgegangen wo denn also ist das wenn ich jetzt hier weggehe und jetzt alter dir ist klar dass das hier durch mein blaues portal durchgeht das ist das da jetzt da ja da oben ist das aktiviert das meinst du ne genau genau aber wie geht es jetzt weiter ich gehe hier durch ah die schießen mich an das ist das nicht tot der durch gewartet und der ist das mit der auswärts ango das müssen sie vertreten a bei ich war nah dran mit dem Fall haben sie sehen warum tut was für aber das stand der sogar space springen muss man sich dann sogar durchkämpfen Nein Definitiv 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 Ich glaub's auch eigentlich kaum Also was wenn ich hier also ähm So Warum ist das Glas hier so kaputt? Und So Welchglas kaputt, jetzt gar kein Glas kaputt Guck mal durch mein äh Hellblausportal Wir sind so blöd Mach, drück mal, geben auf den Schalter da Wen so extrem blöd Vor allem du Tschüss Geschütze Wir sind close So Ach man Das war so so simpel Kack, ey Hast du eigentlich nen Ah Hast du nen Plan, wie lange wir schon aufnehmen? Nein Ist das nicht völlig egal? Ähm Naja, gut Ich hab keine Lust das immer so zu cuten Dann würde ich das einfach Bitte weiter